Der Samurai Yokoi Shonan wird im Jahr 1809 in Kumamoto geboren. Er gilt als kritischer Denker und versucht, die Kumamoto-Domäne der Samurai zu reformieren, doch er scheitert, da die allgemeine Meinung noch sehr konservativ geprägt ist. Anschließend wird der Ratgeber der Fukui-Domäne, wo die Reformation gelingt. Im Jahr 1862 besucht Yokoi eine Feier der Kumamoto-Domäne, als sie plötzlich von drei Männern attackiert werden. Yokoi kann fliehen, doch der Gastgeber wird tödlich verletzt. Gegen Yokoi werden schwere Vorwürfe laut, da er geflüchtet ist, anstatt die anderen zu verteidigen und ihm wird der Status als Samurai aberkannt. Zum Beginn der Mechi-Periode dann wird die Regierung neu gebildet und Yokoi soll Teil davon werden. Doch am 5. Januar 1869 wird der 61-Jährige von vier Konservativen, die nicht mit seiner politischen Meinung einverstanden sind, angegriffen und ermordet. Seinen abgetrennten Kopf nehmen sie mit, doch Yokois Unterstützer holen sie ein und können den Kopf zurückbringen. Die vier Angreifer werden hingerichtet. Für Kriminalfälle in voller Länge schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur, wenn es dunkel wird. Bis gleich!